Bei der jahrhundertealten Diskussion der Shakespeare'schen Autorschaft, also der Frage, ob der Autor von Hamlet oder Romeo und Julia mit der Person William Shakespeare's aus Stratford identisch war, können die meisten das Ausmaß an Ungereimtheiten nicht wirklich verstehen, die zu jenem berechtigten Zweifel an seiner Autorschaft geführt haben. Damit Sie sich eine Vorstellung von dieser Problematik einschließlich Ihrer psychologischen Ebene machen können, will ich einen Vergleich mit einer rein fiktiven Situation versuchen. Auch wenn Kritiker einwenden mögen, diese Situation sei mit den Vorfällen in England 200 Jahre zuvor nicht vergleichbar, darauf möge es im Moment nicht ankommen. Wie betroffen wäre ein Musikliebhaber, wenn er erführe, dass erst sieben Jahre nach Wolfgang Amadeus Mozarts Tod der größere, bis zu diesem Zeitpunkt unbekannt gebliebene Teil seiner Kompositionen gedruckt worden wäre? Wie bestürzt wäre er, wenn zu Lebzeiten Mozarts nichts über sein musikalisches Wirken in Wien oder in seiner Geburtsstadt Salzburg bekannt und über seine Persönlichkeit nichts dokumentiert worden wäre? Wenn nicht eine einzige zeitgenössische Quelle von ihm als Musiker und Komponist oder über sein musikalisches Genie in irgendeiner Form existierte? Wenn niemand im großen Wien oder kleinen Salzburg je davon berichtet hätte, dem Komponisten begegnet zu sein, wenn niemand sein Aussehen beschrieben hätte? Wenn dagegen verschiedene Quellen belegen würden, dass seine Eltern des Lesens und Schreibens unkundig waren, dass er selbst Immobilien kaufte, Handel trieb, Prozesse führte, recht wohlhabend wurde, das zweitteuerste Haus in der Stadt erwarb, eine acht Jahre ältere schwangere Bauerstochter, ebenfalls Analfabetin, heiratete und so weiter. Wenn nach seinem Tod in seinem Testament an keiner Stelle die Rede von Musik, von Instrumenten und Noten, von einem musikalischen Nachlass, von der Musik betreffenden Korrespondenzen und so weiter die Rede gewesen wäre, wenn dies alles so der Fall gewesen, müssten wir uns heute Mozart und seine Person ausschließlich aus seiner verbliebenen Musik, die wir hören können, vorstellen. Diese fiktive Schilderung entspricht der Situation, die wir bei William Shakespeare vorfinden. Das völlige Fehlen von Quellen des größten Universalgenies, die nicht nachweisbare künstlerische und literarische Existenz zu Lebzeiten, kann beim besten Willen nicht grundlos passiert sein. Hierfür muss es plausible Gründe geben, die allerdings erst sichtbar werden können, wenn man versteht, dass das einzige Dichtergenie seiner Zeit, Christopher Marlowe, wegen höchster Bedrohung seines Lebens, unter Vortäuschung seines Todes, seine Identität und seinen Namen aufgeben musste, und in der Anonymität lebte und unter zahlreichen Pseudonymen einschließlich des Pseudonyms Shakespeare schrieb, mit dessen Namen einer leibhaftigen Person aus Stratford, er sich in London zur Erhöhung seiner Sicherheit sich teilweise über mehr als ein Jahrzehnt maskierte. Man kann mit großer Plausibilität davon ausgehen, dass William Shakespeare aus Stratford dafür honoriert wurde, dass er für den gleich alten, von inquisitionellen Verfahren akut lebensbedrohten Christopher Marlowe mit seinem Namen für die Nachwelt eine Platzhalterfunktion einnahm. Diese Theorie gilt für die offizieuse Shakespeare-Szene bis heute als Unsinn. Vielen Dank.